Moin Leute und herzlich Willkommen bei Nilsson1489. In diesem neuen Video zu Stream Elements möchte ich euch zeigen, wie ihr das Currency-System einrichtet und richtig nutzen könnt. Ihr wollt regelmäßig neue Videos rund ums Thema Streamen oder Aufnahme für YouTube sehen? Dann abonniert den Kanal. Wer den Kanal abonniert, vergesst nicht die Glocke zu klicken, damit ihr auch jedes neue Video direkt als Benachrichtigung bekommt. Nachdem ihr euch bei Stream Elements angemeldet habt und ihr euch im Dashboard befindet, seht ihr im Menü auf der linken Seite den Abschnitt Treuepunkte und darunter direkt das Item Loyalty-Einstellungen. Das ist das Currency-System von Stream Elements. Wir öffnen diesen Abschnitt nun und sobald die Seite fertig geladen hat, findet ihr alle Einstellungen zu diesem Currency-System. Um das System generell erstmal zu aktivieren, klickt ihr hier oben links auf Loyalty deaktiviert, dann steht dort Loyalty aktiviert. Wenn ihr nun auf Speichern klicken solltet, dann wird das ganze System online genommen und theoretisch verdienen eure Zuschauer nun schon Punkte. Ihr habt nun die Möglichkeit, mehrere Einstellungen zu tätigen. Als allererstes wollt ihr euren Punkten natürlich einen Namen geben. Bei Währungsname könnt ihr dies machen. Dort stellt ihr einfach ein, was ihr haben wollt. In meinem Fall sind das Bananas. Also gebe ich hier Bananas ein. Daneben habt ihr dann die Möglichkeit einzustellen, wie viele Punkte die Zuschauer innerhalb von 10 Minuten erhalten. Eine Zusammenfassung von euren Einstellungen seht ihr die ganze Zeit auf der linken Seite. Normale Zuschauer, Abonnenten, Cheering, Abonnieren, Folgen, Tipp geben und Hosts. Ihr habt keine Möglichkeit, die Zeitspanne einzustellen, in denen die Punkte vergeben werden. Diese ist fest bei 10 Minuten. Ihr könnt also hier nun eine Menge eingeben. Zum Beispiel bekommen alle Zuschauer 5 Punkte pro 10 Minuten oder ihr sagt, alle Zuschauer bekommen 10 Punkte. Die Zusammenfassung auf der rechten Seite aktualisiert sich automatisch, wenn ihr Eingaben hier in diesem Formular tätigt. Darunter habt ihr die Möglichkeit, für Abonnenten eine erhöhte Ausschüttung von Punkten einzustellen. In meinem Fall sind aktuell mal 3 eingestellt, also ein Multiplikator von 3. Je nachdem, was ich hier einstelle, bekommen die Abonnenten eine höhere Anzahl an Punkten als die normalen Zuschauer. Zum Beispiel 5. Ihr seht dann auf der rechten Seite, Abonnenten, erhält alle 10 Minuten 50 Bananas, wobei die normalen Zuschauer alle 10 Minuten 10 Bananas erhalten. Darunter könnt ihr nun noch extra Punkte vergeben, wenn euch jemand einen Follow darlässt, eine Spende, ein Abo, cheert, also Bits verschenkt oder euch hostet. Je nachdem, was ihr hier einstellt, zum Beispiel bei einem Follow 50 Punkte, wird das Ganze auf der rechten Seite aktualisiert. Hier steht zum Beispiel jetzt, alle Follower erhalten beim Folgen 50 Bananas. Beim Tippbonus gibt es eine kleine Besonderheit. Hier steht das auch, Bonuspunkte für Tippgeber multipliziert mit dem Tippbetrag. Wenn ich hier also zum Beispiel 10 eingebe, dann bekommen die Tippgeber oder die Donater, die Leute, die euch etwas spenden, für jeden Dollar, für jeden Euro, den sie euch spenden, 10 Punkte. Sprich, bei 10 Euro würden sie dann 100 Punkte bekommen. Bei Abonnentenbonus wird das Ganze ausgeschüttet, wenn jemand euren Kanal abonniert. Wenn wir hier zum Beispiel 100 Punkte eintragen, erhalten die Zuschauer bei einem Abo, also bei einem Sub, 100 Punkte. Cheer Bonus gibt das Ganze dann an, wenn euch jemand Bits schenkt. Wenn ihr zum Beispiel 20 eingebt, dann würden pro 100 Bits 20 Punkte verschenkt werden. Wenn ihr das gleich mit den Donations halten wollt, dann macht ihr hier 10, denn 100 Bits sind ungefähr 1 Dollar bzw. 1 Euro. Also würdet ihr hier auch 10 Punkte pro Euro vergeben. Ihr könnt auch Punkte verschenken, wenn euch jemand hostet. Zum Beispiel 100 Punkte, dann würde für jeden Host, den euch jemand gibt, jeweils 100 Punkte an den Hoster geschenkt werden. Darunter habt ihr dann noch die Möglichkeit, Benutzer auszunehmen. Wenn ihr hier zum Beispiel Leute aus dem Erhalten von Punkten rausnehmen wollt, gebt ihr den Namen ein und drückt dann Enter. Der Benutzer wird dann dieser Liste hinzugefügt und erhält keine Punkte beim Zuschauen eures Streams. Wenn ihr Benutzer aus dieser Liste entfernen wollt, klickt ihr einfach auf das X neben dem Namen. Wenn ihr mit den Einstellungen fertig seid, klickt ihr einfach auf Speichern. Euer Loyalty-System ist nun aktiv und ihr könnt auf der linken Seite im Menü auf Bestenliste wechseln. Dort werden dann alle Benutzer, die bereits bei euch im Stream waren und Punkte gesammelt haben, aufgelistet. Und ihr könnt diese auch filtern. Ihr könnt hier zum Beispiel nach einem Namen suchen, zum Beispiel Nilsson1489. Dann klickt ihr auf Enter und dann bekommt ihr eine Suchergebnisposition 1, Name und Punkte angezeigt. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, in dieser Liste Punkte zu geben. Dafür oben rechts auf Punkte geben klicken und dann könnt ihr den Benutzernamen eingeben, zum Beispiel Nilsson1489. Und dann die Anzahl von Punkten, zum Beispiel 100. Wenn ihr eine negative Anzahl eingebt, zum Beispiel minus 50, dann werden Punkte abgezogen. Ich möchte mir nun mal 10 Punkte schenken, gebe also 10 Punkte ein, klicke auf Absenden und nun werden mir 10 Punkte angerechnet. Das Ganze aktualisiert sich automatisch und ich habe nun mehr Punkte. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, Punkte direkt einem Benutzer zuzuschreiben. Wenn ihr hier also in der Liste einen Benutzer findet, dem ihr Punkte hinzufügen oder abziehen wollt, klickt ihr auf der rechten Seite auf das Buntstift-Icon. Es öffnet sich ein Overlay und diesem Overlay könnt ihr nun auch wieder Punkte eingeben, zum Beispiel 10, um Punkte hinzuzufügen oder minus 10, um Punkte abzuziehen. Wenn ihr dann auf Absenden klickt, werden die Punkte abgezogen bzw. hinzugefügt und das Ganze aktualisiert sich in dieser Liste automatisch. Ihr könnt auch ganze Benutzer aus dieser Liste entfernen. Dafür auf das Mülltonnen-Icon hier rechts klicken, dann werdet ihr nochmal gefragt, wollt ihr die Punkte für diesen Benutzer wirklich resetten, also komplett entfernen und wenn ihr dann auf Reset klickt, dann hat der Benutzer keine Punkte mehr bzw. wird auch komplett aus der Liste entfernt. Ihr könnt außerdem eine öffentliche Bestenliste einsehen, dafür oben rechts auf die öffentliche Bestenliste klicken und es öffnet sich dann eine Liste aller Benutzer eures Streams, die bereits Punkte gesammelt haben und es wird auch angezeigt, wie man Punkte bekommt und es wird angezeigt, wie viele Punkte die Benutzer haben, wer auf Position 1 ist, also eine richtige Rangliste. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch verlinken, also in euren Stream verlinken, sodass die Leute sich diese Rangliste angucken können. Dafür einfach oben den Link rauskopieren, der hier im Browser angezeigt wird. In eurem Fall steht dann da vielleicht Peter Pan oder Hans Lustig, je nachdem wie ihr heißt und das Ganze kopiert da einfach und packt es in die Panels unter eurer Stream-Beschreibung und somit können die Leute dann auch direkt einsehen, auf welchem Platz sie in dieser Bestenliste sind. Ein kleines Manko gibt es jedoch an dem System. Ihr würdet ja jetzt, denke ich, von dem System erwarten, dass die Benutzer im Chat direkt die Punkte abfragen können und das können sie aktuell, so wie wir es eingestellt haben, noch nicht. Denn dafür braucht ihr den Chatbot und der Chatbot ist eigentlich keine Voraussetzung für das Loyalty-System. Wenn ihr aber wollt, dass die Benutzer auch die Punkte über den Chat abfragen können, braucht ihr also den Chatbot und müsst diesen aktivieren. Da ich in diesem Video eigentlich nur das Loyalty-System vorstellen möchte, zeige ich euch kurz, wie ihr den Bot aktiviert bzw. online stellt und welchen Befehl ihr dann nutzen könnt, um eure Punkte bzw. die Zuschauer ihre Punkte abzufragen. Alles andere des Bots werde ich dann in neuen Videos vorstellen. Um also den Bot nun zu aktivieren, klicken wir auf der linken Seite auf Dashboard. Sobald das Dashboard geladen ist, seht ihr auf der rechten Seite eine Box. Da steht Bot-Einstellungen und bei mir ist zum Beispiel der Bot ist gegenwärtig nicht in deinem Chat. Ja, und ein weinendes Smiley. Wir klicken also einfach auf Kanal beitreten und dann sagt mir Stream Elements, hey, pass mal auf, damit der Bot auch richtig läuft, braucht der Bot Moderatorenrechte in deinem Chat. Das kannst du theoretisch machen oder könnt ihr auch theoretisch machen, indem ihr in eurem Chat einfach Slash-Mod, Leerzeichen, Stream Elements eingebt und dann würdet ihr dem Bot von Stream Elements Moderatorenrechte geben in eurem Chat. Ihr könnt auch einfach hier auf dieses, ja, Icon draufklicken und dann macht das Stream Elements direkt für euch automatisch. Der Bot ist nun online und theoretisch könntet ihr nun eure Punkte abfragen. Wie macht man das? Dafür wechseln wir einmal auf der linken Seite auf Bot und dann Chatbefehle. Das sind die Commands, die der Bot hat. Es öffnet sich eine Seite von jedem, ja, von Commands oder jeder Menge Commands, die es schon gibt. Hier gibt es individuelle, Standard und Variablen. Wir gehen auf Standardbefehle und dort scrollen wir nun ein wenig runter, bis wir zu dem Punkt Ausrufezeichen Points kommen. Ausrufezeichen Points ist der Standard-Command, um die Punkte, also die Currency, eure Loyalty-Punkte abzurufen. Dort ist auch schon eine Antwort. User hat User Points, Point Name und hat Platz User Points Rank auf der besten Liste. Wir klicken auf der linken Seite einmal auf das Buntstift-Icon, denn wir wollen ein paar Sachen ändern. Aktuell wird dieser Befehl mit Ausrufezeichen Points im Chat ausgelöst und ich möchte gerne meine Punkte mit einem anderen Befehl abfragen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber generell ist es ja so, dass man das nicht mit Points macht, sondern mit dem Namen, dem man der Currency gegeben hat. In meinem Fall Bananas, also möchte ich, dass mein Befehl Ausrufezeichen Bananas ist, um die Punkte abzufragen. Darunter könnt ihr einstellen, welcher oder welches Level der Benutzer haben muss. At Everyone bedeutet, jeder kann diesen Befehl ausführen und das solltet ihr an sich auch machen, denn wenn ihr Loyalty-Punkte vergebt an alle Zuschauer, dann sollten doch auch alle Zuschauer die Punkte abfragen dürfen. Darunter könnt ihr noch Kosten eintragen, die dem Zuschauer abgezogen werden, wenn er die Punkte abfragt. Und das macht meines Erachtens nach auch keinen Sinn, denn er soll sie ja kostenlos abfragen können. Und dann gibt es noch einen Cooldown und zwar einen Benutzer-Cooldown und einen globalen Cooldown. Den globalen Cooldown würde ich auf 0 setzen. Dadurch wird es global nicht gesperrt, so kann halt jeder seine Punkte abfragen. Der Benutzer-Cooldown macht da hingegen schon mehr Sinn, denn ihr wollt ja nicht, dass ein Benutzer alle 5 Sekunden seine Punkte abfragt. Somit könnt ihr hier zum Beispiel eintragen 5 und so kann ein Benutzer nur alle 5 Minuten seine Punkte abfragen. Dadurch wird euer Chat dann auch nicht geflutet von Punkte-Abfrage-Befehlen. Als letztes habt ihr nun noch die Möglichkeit einzustellen, wann denn dieser Befehl aktiv ist. Soll der Befehl aktiv sein, nur wenn ihr online seid, also wenn ihr gerade streamt, nur wenn ihr offline seid oder wenn ihr online und offline seid. Und ja, das macht Sinn, die Leute sollten ihre Punkte ja auch abfragen können, wenn ihr gerade nicht streamt. Denn dieser Bot läuft in der Cloud und der antwortet auch, wenn euer PC aus ist. Also wähle ich hier Both aus und klicke dann auf Submit. Jetzt haben die Zuschauer die Möglichkeit mit Ausrufezeichen Bananas ihre Punkte abzufragen. Das Ganze wollen wir natürlich auch nochmal testen. Dafür habe ich dann hier mal den Chat herangezogen. Ihr seht, ich habe den Chatbot von Stream Elements gestartet und dann antwortet Stream Elements auch direkt in meinem Chat Stream Elements Bot Running. Und wenn ihr nun Ausrufezeichen Bananas bzw. den Befehl, den ihr nun gerade eingestellt habt, eingebt, auf Enter klickt, dann antwortet euch der Bot mit eurem Namen, den Punkten, die ihr habt und dem Platz, den ihr in der Rangliste habt. Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ihr habt gelernt, wie ihr das Loyalty System von Stream Elements aktiviert, wie ihr die einzelnen Settings vornehmen könnt und wie ihr außerdem den Zuschauern die Möglichkeit bieten könnt, die Punkte im Chat abzufragen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.